Lisas erster Schultag Die Lehrerin stellt Lisa vor. Hallo, ich bin Lisa. Ich bin 13 Jahre alt. Lisa fragte, warum ihr nicht mit mir redet. Anna und die anderen lachten und gingen weg. Auf der Toilette waren Anna und die Mädchen. Sie haben zu Lisa gesagt, dass sie das Auto von unserer Lehrerin zerkratzen sollte. Lisa sagte, nein, sowas mache ich nicht. Auf dem Flur ging Anna zu Lisa und lobte sie für ihr Verhalten. Von nun an war Lisa in der Clique akzeptiert. Ich habe das Auto von den Wäldern gemacht und in der Zwischenzeit.